In diesem Video möchte ich wieder eure Fragen beantworten und vielleicht auch ein bisschen mehr. All das nach dem Intro. Ja, es ist ja jetzt schon wieder so ein bisschen länger her, dass ich ein Q&A gemacht habe, dass ich eure Fragen beantwortet habe. Ich habe euch öfters mal bei Instagram nachgefragt, auch bei YouTube mal. Sendet mir Fragen, das habt ihr auch fleißig gemacht. Und ich habe mir jetzt auch mal ein paar Fragen rausgesucht, die jetzt vielleicht zur Zeit passend sind oder generell passend sind zum Disneyland. Und die will ich jetzt einfach mal mit euch zusammen beantworten. Die erste Frage war, kannst du zusammen mit Moni und Brina die Disney Snack Sachen in einem Video nachbacken oder nachkochen? Ja, das ist schon eine coole Idee, finde ich. Aber die Umsetzung im Moment ist ja ein bisschen schwierig. Wir sind immer irgendwie an den Wochenenden unterwegs, haben immer irgendwie was zu tun. Jetzt am Wochenende bin ich wieder in Disneyland. Nächste Woche sind wir unterwegs, danach die Woche sind wir unterwegs. Dann ist schon Weihnachten, dann kommt Silvester. Im Januar ist was geplant, im Februar ist was geplant. An sich hätte ich darauf ja echt mal Lust, mal nochmal ein Kochvideo zu machen, zusammen mit den Mädels und so Snacks. Disney Snacks nachbacken oder nachkochen. Das wäre schon echt mal eine gute Idee. Und ja, ich schlage den beiden das einfach mal vor. Die nächste Frage ist, welche Achterbahn im Disneyland Paris ist dein Favorit? Es war eigentlich immer der Big Thunder Mountain, weil ich den auch am längsten kenne, schon von Kind auf an. Aber ich habe auch immer den Rock'n'Roller Coaster wirklich sehr geschätzt und da bin ich immer sehr, sehr gerne gefahren. Deswegen, ich würde sagen, Big Thunder Mountain, aber Rock'n'Roller Coaster ist direkt dahinter. Fand ich immer super und bin mal gespannt, wie es im nächsten Jahr im Sommer, wenn der Avengers Campus ist, also der soll ja dann aufmachen im nächsten Sommer, wie dann der Ironman Coaster ist. Also da sind wir doch, denke ich mal, alle schon sehr gespannt, oder? Was denn eure Lieblingsachter waren im Disneyland? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Die nächste Frage, kann man den Preis seines Tagestickets anrechnen, wenn man sich einen Annual Pass holt? So viel ich weiß, ist das schon möglich, aber da im Moment ja die Reisepass, wollte ich gerade sagen, die Jahrespassbüros im Disneyland geschlossen haben und ihr das eh draußen machen müsst. Bevor ihr euch ein Tagesticket kauft, geht direkt dort an die Kassen in den Walt Disney Studios. Ich glaube, das sind die Kassen 12. Es ist aber auch genau beschildert. Also wenn ihr euch dort anstellt an den Kassen, da stehen meistens Cast-Member, die erklären euch genau, wo ihr hingehen müsst. Und dann kauft ihr euch einfach sofort die Jahreskarte oder ihr macht das einfach vorab online schon mal fertig. Ein Video zu den Jahreskarten, zu den Jahreskartenpreisen, weil ich habe auch eine Frage bekommen, wie die Jahreskartenpreise sind, findet ihr auch auf dem Kanal da einfach mal rein switchen. Die Preise haben sich geändert im November, wurden ein bisschen teurer. Da einfach mal die aktuelle Seite dann vielleicht auch mal abchecken. Besuchst du Walt Disney World zum 50. Geburtstag? Ja, das wäre schon so ein kleiner Traum von mir. Der Geburtstag geht ja auch ziemlich lange, also über ein Jahr hinaus, ja. Aber ich denke mal, nein, also geplant ist es jetzt erstmal nicht, was als nächstes so ansteht. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe es erstmal nicht vor. Ich freue mich natürlich auf die Videos, die Simone dann im Januar da produzieren wird, weil sie fliegt ja im Januar nach Walt Disney World. Aber selber habe ich es im Moment nicht vor. Dafür war einfach in den letzten Monaten zu viel mit Umzug und Reise etc. Also wenn ich dann nach Disney World irgendwann mal kommen sollte, dann möchte ich das Ganze auch wirklich in vollen Zügen genießen und dann nicht jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Wirst du auch mal einen Park in der Woche besuchen? Also ihr meint an den Tagen Montag bis Freitag? Eher selten. Also da müsste ich schon Urlaub haben und wenn ich Urlaub habe, bin ich meistens so unterwegs, nicht in Freizeitparks. Freizeitparks, von daher kann es vorkommen, aber eigentlich nicht, nein. Wird es wieder Rabatt beim Kauf von Jahreskarten geben, so wie früher? Also wenn ihr eine Jahreskarte habt und ihr verlängert die, dann bekommt ihr ja einen Rabatt. Neuen Rabatt kann ich nicht sagen. Im Moment gibt es keinen Rabatt und es sollen ja auch neue Jahreskarten im Jahr 2022 erscheinen. Wie da das Ganze aussehen wird, in welcher Preisklasse wir uns dort bewegen, ob es dort Aktionen geben wird und so. In welchem Hotel kann man um Disneyland am günstigsten übernachten? Dazu habe ich ein Video hier auf dem Kanal gemacht, da einfach mal reinschauen. Da ist das Ganze auch nochmal ausführlich erklärt, weil das ist ein Thema, das muss man einfach genauer beleuchten. Ihr könnt manchmal in Disney-Hotels gut und günstig übernachten, aber die Partner-Hotels sind ja auch noch da, wo ihr ab und zu mal gute Angebote bekommt. Und wenn es das nicht ist, dann irgendein anderes Hotel, was sich ums Disneyland herum befindet. Und da gibt es hunderte mittlerweile. Und einfach mal die Booking-Seiten, also ihr kennt es, ich habe es ja gerade schon eine genannt, abchecken und da findet ihr immer gute Angebote, wenn ihr mobil seid natürlich. So, was haben wir als nächstes? Bist du auf der Silvester-Party und was kann man sich unter dieser vorstellen? Ja, tatsächlich, wenn es Corona erlaubt, bin ich in diesem Jahr auf der Silvester-Party im Disneyland Paris. Was kann man sich darunter vorstellen? Was man sich in diesem Jahr darunter vorstellen kann, weiß ich noch nicht. Es war sonst immer so, dass es immer eine große Parade gab. Da haben sie dann immer so richtig einen rausgehauen, haben alle Paradewagen, die sie so am Start hatten, rausgehauen. Meistens immer so eine Stunde oder so hat die Parade gedauert. Dann gab es immer vereinzelte Partys, also DJ-Partys, viel Musik, ein großes, tolles Feuerwerk, sehr, sehr gutes und sehr, sehr teures Essen. Wie das in diesem Jahr aussieht mit der Party, das wissen wir noch nicht, da müssen wir mal abwarten. Ich denke mal, dass es da in den nächsten Wochen genauere Informationen zugeben wird. Werden die Infinity-Extras wieder zurückkommen? Dadurch, habe ich gerade eben ja schon mal gesagt, dass es neue Jahreskarten geben wird im nächsten Jahr, also wo wir fest von ausgehen, denke ich mal, dass die Extras, die wir so gewohnt sind, sind ja auch wieder teilweise zurückgekommen, also ihr könnt wieder Paradenplätze reservieren, ihr könnt wieder für Illuminations die VIP-Plätze buchen. Das ist alles möglich. Wir haben auch letztes Mal wieder einen Cocktail bekommen, wo wir bei King Ludwigs essen waren, also von daher, was für Extras fehlen euch denn im Moment in der Infinity-Karte? Können wir auch mal drüber sprechen. Ähm, gibt es im Disneyland Paris oder im Village auch Shops für den alltäglichen Bedarf, im Notfall zum Beispiel Drogerieartikel? Ähm, nein, gibt es so nicht, aber wenn ihr im Disneyland seid, dann könnt ihr dort in den Bahnhof gehen, direkt dort, äh, dort sind einige Shops, wo ihr so Dinge des alltäglichen Lebens kaufen könnt, oder ihr geht direkt ins Val d'Orope, dort ist ein großer Enchant, also da bekommt ihr definitiv alles das, was ihr braucht. Warst du schon mal in anderen Disney-Parks oder hast du es mal vor? Das habe ich ja schon ganz oft beantwortet. Nein, ich war ja noch in keinen anderen Disney-Parks und natürlich habe ich es irgendwann mal vor. Welche Attraktion außer Phantom Manor sollte man im Disneyland Paris nicht auslassen? Ja, Phantom Manor definitiv nicht, aber, ähm, ich denke mal, es sind so viele Sachen. Man sollte auf jeden Fall Pirates of the Caribbean gefahren sein, Space Mountain lohnt sich, äh, der Big Thunder Mountain, den wir eben schon gesagt haben, es gibt so viele tolle Sachen, Peter Pan's Flight, also, ähm, jetzt wirklich die Attraktionen, dieses Mass-Du rauszusuchen, ist einfach viel zu schwer. Ähm, nehmt genug Zeit mit, wenn ihr das erste Mal dort seid und, äh, macht einfach alles das, was möglich ist. Ähm, kennst du ein paar Cast-Member persönlich? Ja, kenn ich. Das ist einfach so, wenn man so oft da hinfährt, ähm, dann kommt man irgendwann ins Gespräch und, oder man hat mal was zusammen unternommen. Ja, ähm, man kennt auch Cast-Member persönlich. Ähm, wo kann ich zur Zeit Jahreskarten im Disneyland Paris kaufen? Das habe ich ja gerade eben schon mal ganz kurz angeschnitten, das Thema. Immer noch draußen in den Studios, ähm, bei den Ticketschaltern, dort könnt ihr eure Jahreskarten kaufen. Ähm, wie ist das Hotel am See? Komme gerade nicht auf den Namen. Ja, es gibt zwei oder drei am See. Es gibt das Newport Bay Club, liegt direkt am Lake Disney. Das Marvel Hotel liegt direkt am Lake Disney. Und seit heute, das ist der 1. Dezember, hat auch die Sequoia Lodge wieder auf, die hier auch mit am See liegt. Also, alle drei Hotels sind, äh, tolle Hotels. Die Sequoia Lodge habe ich noch nie selber besucht, habe ich aber vor im nächsten Jahr. Ähm, das Newport Bay Club ist eins meiner Favoriten Hotels. Ist immer wieder sehr, sehr schön, ist sehr, sehr groß, sehr, sehr weitläufig. Und das Marvel Hotel, dazu gibt es auch Videos hier auf dem Kanal. Ähm, dazu braucht man, glaube ich, nicht viel sagen. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Wie viele Tage sollte man für einen Erstbesuch im Disneyland einplanen? Jo, ähm, sehr, sehr schwierig. Kommt natürlich darauf an, wie viel ist los und, ähm, wie schnell seid ihr unterwegs. Also, ich würde sagen, ein gutes Wochenende, so Freitag, Samstag, Sonntag, ähm, muss es dann schon sein, wenn man wirklich viel und, äh, nicht alles, aber viel erleben möchte im Disneyland Paris. Wie funktioniert das mit dem Gesundheitspass? Wo bekomme ich den? Wie muss man sich das vor Ort, ähm, vorstellen? Der Gesundheitspass ist einfach eure Covid- oder eure Corona-App. Der Covid-Pass. Da, ähm, stehen eure Impfungen drin, da ist euer QR-Code drin und der wird im Disneyland geprüft. Also, der wird kurz eingescannt und ihr weist euch mit eurem Personalausweis einfach aus. Und das ist auch schon alles. Also, Gesundheitspass bedeutet nur, dass ihr euer Impfzertifikat, ähm, digital, auf eurem Handy habt, ne? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man den Impfausweis dabei hat, ob das dann auch schon so gilt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch gilt, weil nicht alle, ähm, ein Handy immer dabei haben. Aber es ist kein besonderer Pass, den man sich irgendwie anlegen muss oder beantragt werden muss, sondern es ist einfach nur das Zertifikat, dass ihr geimpft seid. Wo ist die Gepäckaufbewahrung im Disneyland Paris? Die Gepäckaufbewahrung, wenn ihr unterwegs seid und so, natürlich in den Hotels. Wenn ihr jetzt im Hotel schlaft, dann könnt ihr euer Gepäck im Hotel lassen. Wenn ihr Sachen einfach abgeben wollt oder so, das ist direkt rechts, äh, neben dem Disneyland Hotel, wo auch der Disneyland Hotel Eingang ist, dort findet ihr dann auch die Gepäckaufbewahrung, wo ihr eure Taschen und so abgeben könnt. Könntest du dir auch mal vorstellen, so wie Simone News Videos zu machen? Natürlich könnte ich mir das vorstellen, aber ich werde das nicht machen. Das ist einfach Simones Ding. Und, äh, was wird es euch bringen, ähm, wenn diese, diese News dann doppelt und dreifach dann hier bei YouTube erscheinen würden? Deshalb, äh, weise ich da dann gerne zu Simone rüber. Die macht das mit den News Videos sehr gut. Und, äh, wenn ihr News haben wollt, schaut bei Monimaus vorbei. Wann gehst du das nächste Mal wieder live auf Instagram? Ja, auch im Moment eine schwierige Sache. Dadurch, dass wir sehr, sehr viel oder ich sehr, sehr viel unterwegs bin, ähm, ist es nicht immer so einfach, da alles unter einen Hut zu kriegen. Gerade auch, äh, mit Simone. Wir müssen dann immer schauen, dass das irgendwie passt. Aber es ist auf jeden Fall hoffentlich vor Weihnachten noch mal möglich, dass wir einen Late-Night-Stream oder einen Livestream bei Instagram schaffen. Da einfach dann bei Instagram in den Storys vorbeischauen. Sobald es soweit ist, wir einen Termin haben, geben wir das dann auch immer zeitig bekannt. Ähm, wer ist deine Lieblings-Disney-Figur und warum? Meine Lieblings-Disney-Figur und warum? Ja, ist, ich denke mal ganz einfach, Mickey Mouse. Weil Mickey Mouse einfach für mich so zeitlos ist. Mickey Mouse, ähm, ist für mich jetzt nicht unbedingt zu kindlich. Mickey Mouse ist einfach so eine Figur, die man einfach auch im T-Shirt tragen kann, auch im Alltag, ohne blöd angeguckt zu werden. Mickey Mouse begleitet mich mit dem Mickey Mouse Magazin seit meiner Kindheit, war immer und ist immer da, von daher ganz klar Mickey Mouse. Was sind deine Hobbys außer Disney und Parks besuchen? Ja, ich habe ja gar keine Zeit mehr für andere Hobbys. Ne, also, ähm, ich spiele gerne Videospiele, wenn ich dann mal die Zeit dazu habe. Ich lese gerne, ähm, ich reise auch gerne mal. Also, das habt ihr ja gesehen hier mit AIDA und so. Ähm, es müssen nicht immer Freizeitparks sein, aber, ähm, ich bin einfach gerne unterwegs. Egal wo, ob es jetzt der Freizeitpark ist, ob ich in der Stadt rumlaufe oder sonst irgendwas. Ähm, also, ich bin nicht gerne am Wochenende einfach so zu Hause und so richtiges Hobby. Wie gesagt, sind natürlich die Freizeitparks und dann würde ich dann höchstens dann noch sagen, okay, ähm, Videospiele dann vielleicht. Welcher Park ist dein Favorit? Ja, äh, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht viel reden. Mein Favorit ist natürlich das Disneyland. Äh, das begleitet mich schon so lange. Aber neben dem Disneyland, wenn ich wirklich mal was anderes erleben will, ähm, dann ist es definitiv, glaube ich, auch das Phantasialand. Ich liebe den Efteling. Ich fahre jetzt auch, äh, seit einer Zeit ja gerne in den Europapark. Ähm, es gibt so viele tolle Parks, wo man was erleben kann. Und ich weiß nicht, wer das mal was gesagt hat. Ich glaube, das war der Bro von ReitReview, der gesagt hat, der schönste Freizeitpark ist der, in dem du gerade bist. Und das ist auch einfach so. Von daher, ähm, denke ich mal, ganz oben natürlich das Disneyland, weil es mich so lange begleitet. Aber dann kommen ganz, ganz viele andere Sachen. Und jeder Park unterscheidet sich ja auch von dem anderen. Ähm, von daher, ähm, so eine richtige Wahl, was da jetzt besser ist und was schlechter ist, kann man da gar nicht treffen. Warst du auch schon mal mit meinem Schiff auf Kreuzfahrt? Nein, ähm, die AIDA-Kreuzfahrt jetzt vor einigen Wochen war meine erste Kreuzfahrt. Und, äh, es war sehr, sehr schön. Auch dazu gibt es ja eine Reihe von Videos hier, elf Stück, glaube ich, sogar auf dem Kanal, wo ihr, äh, praktisch die ganze Reise mit mir zusammen noch mal erleben könnt. Ähm, mein Schiff, vielleicht irgendwann mal. Ähm, es gibt, äh, ja die Fans, die nur AIDA fahren. Dann gibt es die Leute, die nur MSC fahren. Dann gibt es Leute, die nur mein Schiff fahren. Ähm, ich bin da nicht so, dass ich jetzt denke, okay, äh, ich bin jetzt der absolute AIDA-Fan geworden, obwohl mir das ja natürlich sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, mein Schiff, wenn es da irgendwann mal tolle Angebote gibt, eine tolle Route und so, warum nicht? Kommst du mal nach München? Ja, ähm, wenn ich dafür irgendwann mal noch einen Grund habe, dann komme ich sicher mal nach München. Ich war auch schon einige Male in München. München ist eine schöne Stadt, aber, ähm, im Moment, ähm, wüsste ich nicht, warum ich kommen sollte. Äh, an welchem Schalter im Disneyland Paris kann ich die reservierten Freundeskarten holen? Die holt ihr auch, ähm, bei den Studios ab, am Ticketschalter da, wo auch die Jahreskarten und so gibt. Da werdet ihr dann auch vom Castmember in die Schlange eingewiesen, wo ihr eure Freundestickets und die prioritären Tickets abholen könnt. Wenn du nur eine Attraktion für Disneyland Paris-Neulinge empfehlen könntest, welche wäre es? Ich kann jetzt nur eine. Natürlich wäre es jetzt blöd von mir zu sagen, Phantom-Männer. Aber das Ding ist ja, dieser Phantom-Männer-Mythos, den sehe ja ich irgendwie nur. Die meisten Leute, die mit mir da reingehen, finden das immer einfach nur langweilig. Da muss man, glaube ich, erst mal so reinfinden. Das muss man öfters gefahren sein, muss die Geschichte dahinter verstehen, um das wirklich toll zu finden. Aber ich glaube, äh, Big Thunder Mountain, weil der ist schon einfach, äh, der ist so riesig und dass man, dass die Station, äh, draußen ist und dass man dann unter dem See hindurchfährt, auf diesen großen Berg, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Man hat einen tollen Ausblick da oben übers Frontierland und kann das Disney-Schloss sehen. Dann fährt die Molly Brown außenrum. Äh, also, äh, ich glaube, das ist so die Attraktion, die man gefahren sein muss, wenn man im Disneyland Paris war. Was sind die Vorteile einer Infinity-Jahreskarte? Ja, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, hat sich auch einiges geändert. Dazu, wie gesagt, ähm, das extra Video schauen zu den Jahreskarten, weil das wäre sonst hier zu viel, äh, das alles nochmal aufzuzählen, weil es gibt ja nicht nur die Infinity-Karte, es gibt auch noch andere Karten und jeder hat so ihre Vorteile. Die Infinity natürlich als teuerste Karte die meisten Vorteile, aber auch die anderen, ähm, reichen oft schon aus, wenn man nicht zu oft oder wenn man als Familie ins Disneyland fährt. Wie oft fährst du jetzt im Dezember noch ins Disneyland? Ja, wie oft fahre ich jetzt im Dezember noch ins Disneyland? Das ist eine gute Frage, das kommt natürlich auch drauf an, wie sich die Situation jetzt in den nächsten Tagen, Wochen und so entwickelt. Ich fahre jetzt, also es ist heute Donnerstag, wo dieses Video erscheint, morgen am 3. bis zum 5. Dezember nach Disneyland, werde dann wahrscheinlich auch am 18. Dezember nochmal da sein, ich hoffe es, und natürlich, wie ich eben schon erwähnt habe, auch an Silvester. Also es sind dann schon doch noch einige Termine, äh, Disneyland dieses Jahr geplant. Die Weihnachtszeit ist ja auch mit so die schönste Zeit im Disneyland, obwohl, das habe ich ja schon im letzten Video so gesagt, ich dieses Jahr so ein bisschen enttäuscht bin und dann ein bisschen immer noch der alten, ähm, Christmusparade hinterher trauere, aber, ja, ich bin sehr gespannt und freue mich auf dieses Wochenende, das wird nochmal was Ruhigeres, auch geplant mal einige Attraktionen zu fahren. Ich möchte vielleicht, wenn ich es schaffe, das Mainstreet-Video für euch drehen, wo ich dann die Sachen, die ich euch erzählt habe in der letzten Woche, euch dann auch mal zeige, wo was in der Mainstreet und so zu finden ist. Mal schauen, ob ich es schaffe, ob es das Wetter zulässt. Ähm, ja, ist auf jeden Fall einiges geplant diesen Monat noch. Ähm, die Frage ist zwar blöd, aber braucht man die LineBirty-App noch fürs Disneyland. Die Frage ist zwar blöd, habe nicht ich gesagt, sondern, äh, das schreibt derjenige hier. Ähm, nein, es ist überhaupt gar keine blöde Frage, denn die LineBirty-App braucht man tatsächlich schon noch. Jetzt nicht, wenn ihr unbedingt ins Disneyland fahrt, um euch für irgendwelche Charaktere anzustellen, sondern wenn ihr Pinsammler seid, dann ist es ganz oft so, oder auch bei diesen Schlüsseln, die es oft zu kaufen gibt, dass man sich mit der LineBirty-App ein Ticket reservieren muss, damit man diesen Pin oder diesen Schlüssel bekommt. Also, die ist tatsächlich immer noch wichtig. Leider Gottes, dass es da kein anderes System gibt. Also, alle Leute, die mit der LineBirty-App schon mal rumhantiert haben, die wissen, wie nervig das ist. Aber, ähm, für Charaktere und so braucht ihr sie nicht. Aber wenn ihr Sammler seid, dann solltet ihr die LineBirty-App auf jeden Fall auf eurem Handy belassen. Ist der Storybook-Store im Disneyland nach wie vor für Jahreskartenhalter? Nein, ist es nicht so. Das war ja auch so ein Versuch im Sommer, dass der, äh, jedes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag so geöffnet hatte, mit speziellen Angeboten, die es dann nur für Jahreskarteninhaber gab. In den letzten Wochen ist er einfach nur geschlossen. Ich glaube, jetzt sogar schon zwei, drei Monate. Und was da jetzt passiert, ob es wieder als normaler Store aufmacht, ich habe keine Ahnung. Aber es ist kein Jahreskarten-Shop mehr. Das Projekt ist dann irgendwie dann doch auf Eis gelegt worden, weil es nicht wirklich ankam. Hier bin ich dann auch nochmal gefragt worden, when are you going to Disneyland in December? Ja, also jetzt, in dieser Woche, am 18. Dezember und dann nochmal an Silvester, wenn das dann doch möglich ist. So, kommen wir zu den letzten drei Fragen. Was war der erste Disney-Film, den du gesehen hast, der die Liebe zu Disney ausgelöst hat? Uh, was jetzt wirklich mein erster Disney-Film war, kann ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, so die Liebe zu Disney ausgelöst hat Mary Poppins und die Hexe und der Zauberer. Also das waren so die zwei Filme. Dann kam dann noch die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. Also ich war immer so ein ganz großer Fan von diesen Filmen, die halb real waren und halb Zeichentrick, wie zum Beispiel Mary Poppins oder die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. Also wer es noch kennt. Ich glaube, damit fing das dann so an, dass ich so in die Disney-Filme reingerutscht bin, weil die VHS-Kassetten, ihr kennt das ja selber noch, dann kamen davor immer Trailer von anderen Filmen und so war das dann irgendwie ein Kreislauf. Dann wurde dann mal angekündigt, ja, aus dem Disney-Tresor kommt jetzt der und der Film und der musste natürlich dann auch gekauft werden. Also, joa, es ging früh los. Mein erster Kinofilm war auch ein Disney-Film, das war Bernhard und Bianca in den 80ern. Was kann ich nicht leiden, wenn ich in einem Park bin? Ich glaube, das sind rücksichtslose Leute. Leute, ich meine, wenn ihr oft im Distinent seid oder einige Male im Distinent oder vielleicht auch in anderen Parks, dann kennt ihr erst Leute, die sich einfach nicht an Regeln halten können, die sich vordrängeln, die über Absperrungen drüber klettern, die, wenn man im Distinent ist, einfach dann auf den Rasen laufen, obwohl da trotzdem ein Zaun drumherum ist. Leute, die, wenn ihr eine Stunde oder so fürs Feuerwerk anstellt, Vorsicht, das Kind auf die Schulter setzen auf einmal, obwohl man das Kind ja auch auf den Arm nehmen könnte, so dass man dann vielleicht dann in einer Linie schauen könnte. Leute, die, wie beim letzten Mal, wenn man bei der Parade steht, wir stehen extra eine Stunde früher an, weil wir gute Plätze haben wollten, sich dann einfach vor einen stellen, fünf Minuten, bevor die Parade losgeht und solche Sachen. Also, das Größte, was mich aufregt in Freizeitparks sind die Menschen. Die letzte Frage ist dann, weißt du, wann die neue Achterbahn aufmacht, Rock'n-Roller-Coaster in Klammern, also der Iron-Man-Coaster. Ja, darüber haben wir eben auch schon mal gesprochen, der Iron-Man-Coaster macht dann hoffentlich auf, wenn der Avengers Campus im nächsten Sommer aufmacht. Also, es wurde ja letzte Woche oder vorletzte Woche angekündigt, bei der D23, dass der Avengers Campus 2022 im Sommer aufmachen soll. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so lang und man kann ja auch sehen, es wird immer mehr gebaut, da kommt immer mehr dazu, Bepflanzung und die Gebäude werden immer schöner. Also, ich rechne fest damit, dass es dann im Frühjahr oder im Frühsommer 2022 losgehen wird. Ja, und das waren jetzt auch schon mal alle Fragen, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Ich hoffe, dass es euch gereicht hat. Es werden noch ein paar mehr, aber wir werden das Ganze dann im Januar dann nochmal machen, nochmal regelmäßiger, damit es nicht so auseinandergezogen ist wie beim letzten Mal jetzt. Ich glaube, das letzte Q&A oder so war vor meinem Umzug im September oder im August mit meiner Schwester noch zusammen. Seitdem habe ich das nicht mehr gemacht. Ich mache das immer gerne. Das ist sehr, sehr schön, von euch Fragen gestellt zu bekommen. Einige Fragen sind natürlich auch sehr, sehr privat gewesen, die ich nicht einfach so beantworten werde. Also, wenn ich Lust habe, so eine Frage zu beantworten, dann schreibe ich euch gerne persönlich. Aber Sachen, die das Privatleben betreffen oder so, die möchte ich jetzt hier nicht auf YouTube breit tragen und darüber dann reden. Ja, und das soll es jetzt auch gewesen sein mit diesem Video. Ihr habt wieder einiges erfahren, hoffe ich doch. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne noch tun. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es geht ja schon in dieser Woche weiter. Ich habe einiges vor, am Wochenende für euch aufzunehmen. Werde natürlich auch ein paar Vlogs zeigen. Also ich denke mal schon heute ist Donnerstag, dass vielleicht morgen Abend schon wieder was Neues aus dem Disneyland kommt, weil ich werde zwar spät ankommen, also Freitag werde ich nicht mehr im Disneyland Park unterwegs sein, werde aber vielleicht abends auch noch im Village sein. Und da gibt es ja auch so ein paar Neuigkeiten, die ich euch vielleicht zeigen kann. Und von daher bleibt auf jeden Fall gespannt. Verpasst es nicht. Wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Haben wir ja gerade schon geklärt. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Bis dahin. Bye, bye.